Die USA wollen den Bau der Ferngasleitung Nord Stream 2 verhindern und schließen auch Sanktionen nicht aus. Die Leitung soll Gas aus Russland in die Europäische Union liefern und von der Nava-Bucht durch die Ostsee bis nach Lubmin in Nordostdeutschland führen. Russisch-ukrainisch-deutsche Verhandlungsergebnisse akzeptiert Washington nicht und will vor allem auf diplomatischer Ebene gegen das Projekt vorgehen. Was sagen Experten zu Nord Stream 2? Der Wettbewerb im internen, im Binnenmarkt funktioniert und insofern kann diese Pipeline kein Land erpressen oder negativ beeinflussen. Ein solches Projekt ist energiewirtschaftlich fragwürdig und ökonomisch fragwürdig und zudem auch noch politisch fragwürdig, weil es die Ukraine benachteiligt. Dass Russland Garantien gebe, erachte man nicht als verlässlich, heißt es aus dem US-Außenministerium.